So, hier habe ich diesmal einen Bluetooth-Lautsprecher Tweak 6 von Audiovox. Hier sieht man zum Telefon verbinden, lauter, leiser. Spielen wir mal lauter, so laut wie es geht. USB natürlich, ist klar. Hier haben wir AUX. Hier haben wir den AUX-Anschluss und hier ist zum Laden. Ich habe es direkt ans Laden, weil ich hatte es einfach nur in der Gegend rumliegen und jetzt ist er natürlich leer. Jetzt kriegt er mal einen kleinen Soundcheck, wie sich das Ding anhört. So, Lautstärke habe ich voll aufgedreht an der Box und jetzt muss ich noch das Handy. Nein, jetzt ist es runtergefallen. Na toll. Okay, weiter. Outro Outro Tonight I feel like we're again 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 So ich denke das reicht erstmal aus um sich einen ersten Eindruck zu machen wie die Klangqualität so ist Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag Ich werde auf jeden Fall aber noch einen Vergleich zwischen den beiden Lautsprechern drehen oder ja dass man halt sehen kann dann schalte ich hier zwischen den Lautsprechern her und dann seht ihr mal wie das von der Qualität her so ist Schönen Tag noch Ciao Ciao Schönen Tag noch einen schönen Tag